Mein Name ist Christina Nitsche, die Mutti von Paul. Paul ist kerngesund zur Welt gekommen. Mit sechs, dreiviertel hat die Krankheit begonnen. Er ist an Tuberkulose meningitis erkrankt. Untertitelung des ZDF, 2020 Seit diesem Jahr Januar fängt Paul an zu sprechen. Paul, wie heißt denn du? Du bist der? Paul. Und du wohnst in? Paul. Und wie alt ist der Paul? Der Paul ist? Benz. Super. Super. Und wo gehst du am liebsten hin zu dem? Zu den Kindern? Nein, zum Fußball gehst du gerne, ne? Nein, doch. Da freust du dich doch immer drauf. Nein. Nein. Und zu den Nachbarskindern gehst du gerne spielen, ne? Nein. Nein. Wo gehst du noch gerne hin? Indie? Ja. Ja. Super. Und Paul sieht seit letztem Jahr nichts mehr. Deswegen nimmt er alles in den Mund. Ja. 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 Liebe Leser, helft uns bitte, dass viele Spenden zusammenkommen, dass ich mit meinem Sohn Paul ein größeres Auto kaufen kann und ihn besser transportieren kann, dass wir auch wieder zum Fußball gehen können. Untertitelung des ZDF, 2020